Hallo, du wundervolle Seele. Ja, der Druck steigt und vielleicht fällt dir auch auf, dass diese kosmischen Einflüsse, die auf uns einwirken, momentan das Gefühl erzeugen können, Widerstände treten auf. Dass du vielleicht sogar selbst das Gefühl bekommst, nicht mehr auf deinem Weg zu sein, dass das Leben vielleicht auch gegen dich ist, ja. Ja, das beobachte ich in meinem Umfeld, das beobachte ich auch bei mir selbst. Und wie du damit umgehen kannst oder wie ich auch selbst damit umgehen kann, welche Mechanismen in dir selbst nochmal auftreten, darauf gehe ich hier ein. Denn ich habe das Gefühl, das Universum testet uns. Ganz spannendes Thema. Ja, bevor wir anfangen mit dem Thema, möchte ich nochmal sagen, dass ich dieses Jahr keine freien Plätze mehr in dem schamanischen Mentoring habe. Also wenn du Hilfe brauchst, Ängste, Blockaden auflösen möchtest oder dich noch mehr auf dein Leben ausrichten möchtest und dieses Jahr einfach noch Unterstützung haben möchtest, dann habe ich dafür den schamanischen Selbstheilungskurs entwickelt, der dir dabei eben genau helfen kann. Der Link befindet sich unten in der Beschreibung. Ja, anfangen möchte ich damit, wie ich die Energie vorher empfunden habe und wie sie jetzt momentan ist. Und das möchte ich vergleichen wie mit einem Schiff, ja. Mit einem Schiff, das heißt ein Lebensschiff, das du auf Kurs gesetzt hast, ja. Du bist in Richtung deiner Lebensvision unterwegs, hast Pläne gemacht und alles hat sich quasi so gefügt, wie es sich fügen soll. Du hast alle Vorbereitungen gemacht und jetzt geht die Reise los. Der Kurs, wie du gesagt, ist gesetzt und alle Menschen sind an Bord und jetzt geht's los. Und du hast den Eindruck, Mensch, richtig cool, du bist auf dem Kurs deines Lebens und dann kommen die ersten Stürme, die ersten Riffe, die du umsteuern musst. Und ja, auch der Sturm fordert natürlich deine Mannschaft, die an Bord ist und dann kann es sein, dass der ein oder andere eben nicht mehr unter diesem Druck standhält, dass es der Fall sein kann, dass du selber an einem Kurs zweifelst, weil du in diesen Sturm geraten bist. Dass es sein kann, dass du auf einen Riff aufgelaufen bist, dass es sich verzögert, dass du erstmal dich um dein Schiff kümmern musst, dass du erstmal überprüfen musst, wie ist denn dein Schiff momentan? Ist es überhaupt in der Lage weiterzufahren oder geht es dann eben unter, wenn du einfach so, ohne dich darum zu kümmern, weiterfährst? Und genauso auch mit deiner Mannschaft. Ist deine Mannschaft immer noch ausgerichtet auf dein Ziel, wo du hin willst? Ja, und die Mannschaft auf dem Schiff symbolisiert einmal die inneren Glaubenssätze, wofür du einstehst und wofür du nicht einstehst und natürlich auch vielleicht auch Kooperationspartner, mit denen du die Reise unternimmst. Dass dir vielleicht auffällt, dass der ein oder andere Kooperationspartner doch noch andere Werte hat, dass es nicht übereinstimmt mit deiner Vision des Lebens oder dass er vielleicht unter dem Druck des Sturmes oder aufgrund dessen, dass das Schiff jetzt erstmal aufgelaufen ist, auf dieses Riff zusammenbricht und vielleicht sagt, Mensch, ich kann und will nicht mehr so weitermachen bzw. gilt es eben auch da nochmal, deine Mannschaft nochmal einzueichen auf dein Ziel, wo du hin willst, im Außen wie im Inneren, wofür du stehst, für welche Werte du stehst und welches Ziel du auch im Außen erreichen willst bzw. auch einfach nur welchen Kurs des Lebens du weiterfahren möchtest. Und so kommt mir das momentan vor, da wird nochmal überprüft, ob du wirklich nochmal dein Schiff, wenn es aufgelaufen sein sollte, kann ja passieren, dass du dieses Schiff reparierst oder auch wie deine Mannschaft momentan auf dein Ziel noch ausgerichtet ist, ob du vielleicht das Gefühl hast, dass du den einen oder anderen aus deiner Mannschaft vielleicht auch herausnehmen musst oder nochmal gut zureden darfst, dass du ihm klar machst, für welches Ziel er einsteht und sich nicht ständig nur auf den Sturm konzentriert. Und ich glaube, das sind so die Herausforderungen, wo wir momentan sehr stark damit zu kämpfen haben und dieses Lebensschiff kann natürlich stehen für deine bekannten Freunde, für deine Firma, wenn du selbstständig bist, ist natürlich das Paradebeispiel, oder eben auch für deine Familie, die auch diesen Anforderungen des Alltags oder diesen Stürmen des Alltags ausgesetzt ist. Und da habe ich das Gefühl für dich oder für uns, wir sind alle gefordert, das nochmal zu überprüfen. Für was stehst du denn ein? Was ist dir wirklich wichtig? Nicht gekoppelt an dem Erfolg, der vielleicht erzwungen wird oder auch an einem schönen Leben, das du gerne haben möchtest, sondern wofür stehst du wirklich ein? Was ist das, der Grund, warum du das machst, was du tust? Das wird nochmal auf den Prüfstand gestellt und das ist diese intrinsische Motivation oder die Motivation, die aus dem Inneren herauskommt, dass du dich damit nochmal verbindest und dir bewusst wirst, okay, ich mache das deswegen, ich mache das deswegen, das ist mein Antrieb, das ist mir wichtig. Ja, das ist dann auch der Spirit, hinter dem ich stehe, das heißt gekoppelt natürlich an meiner Motivation, gekoppelt auch an meinen Werten, was mir wirklich wichtig ist. Und dann hast du auch das Gefühl, so wie ich es jetzt für mich auch fühlen kann, dass du auf deinem Weg bist. Und da fällt mir immer wieder dieser Spruch ein, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen, dass du am Anfang, genau wie ich, Pläne hast, wie es so funktionieren könnte und dann kommt das Universum, der große Geist und zeig dir nochmal, rüttel dich zurecht, um dir nochmal die Lektion zu zeigen, worauf es wirklich ankommt auf deinem Weg, wenn du dieses Ziel, diese innere Größe, diese äußeren Ziele auch erreichen möchtest, was es für dich wirklich heißt, an dir selbst, an deiner Persönlichkeit und an deinem Leben noch zu arbeiten, wie du damit umgehst. Und das, was mir jetzt momentan zu dieser Situation einfällt, ist, dass wenn du innere Stärke haben möchtest und dir diese innere Stärke auch wünschst, dann wirst du auch Prüfungen ausgesetzt, Herausforderungen ausgesetzt, damit du diese innere Stärke entwickelst. Und jetzt, gerade jetzt kommt es darauf an, stark zu sein, bei dir zu bleiben und deinen Kurs des Lebens mit deinen inneren Werten weiterhin zu verfolgen und diese Herausforderungen, welche auch immer das sein mögen, zu meistern, daraus zu landen und daran zu wachsen. Und daher wächst deine innere Stärke oder mentale Stärke, ähnlich wie dieses Bild, das ich schon mal gebracht habe. Und zwar, wenn du auf der Autobahn fährst, befindest du dich in einer Baustelle und rechts neben dir befindet sich ein LKW, links neben dir die Leitplanke. Die Spur ist ganz eng und du kannst dir ausrechnen, wenn du dich jetzt auf den LKW konzentrierst, dann wirst du wahrscheinlich an den LKW fahren. Wenn du dich auf die Leitplanke konzentrierst, dann wirst du wahrscheinlich an die Leitplanke fahren. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als den Kurs zu halten, nach vorne zu schauen. Und wenn du nach vorne schaust, dann bist du in der Lage, diesen Kurs zu halten, das andere auszublenden, auch wenn es da ist. Es ist natürlich da. Aber es bringt dir nichts, dich auf diese Dinge zu konzentrieren, sondern du musst dich lernen oder darfst lernen in dieser Situation, dich auf deine Vision zu konzentrieren und deine Spur des Lebens zu halten. Dieses Bild verdeutlicht für mich ganz enorm genau das, worauf es jetzt auch ankommt, dass du nach vorne schaust, wohin du willst, deinen Antrieb, also deine Motivation nochmal überprüfst, warum du was machst und dann den Weg weiter gehst und die Prüfungen, Herausforderungen, die jetzt gerade anstehen, so bewertest, dass du entweder die innere Stärke dadurch entwickelst oder dich von Dingen und Personen trennst, die dir nicht mehr gut tun, die vielleicht auch deiner Vision des Lebens entgegenstehen, dass es wie ein Reinigungsprozess ist, der dir gut tut, um noch mehr der zu werden, der du eigentlich sein willst. Und das Universum will dir helfen, dich von diesen Dingen zu trennen, von dieser Illusion zu trennen, die aus der Vergangenheit immer noch an dir haftet. Und genau darum geht es hier, dass wir uns momentan in einem größeren Reinigungsprozess befinden, der immer Schub für Schub passiert. Ja, und momentan haben wir eben wieder diesen Reinigungsschub, der uns von dem befreit, was nicht mehr gut für uns ist oder uns fordert, in die eigene Stärke zu gehen, noch mehr für die eigenen Werte einzustehen, was dir wirklich wichtig ist und wer du wirklich bist. Ja, das waren meine Impulse zu diesem Thema. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann leite dieses Video gerne an andere weiter oder teile es. Und wenn du mehr Einblicke in meine Tagesroutinen haben möchtest oder Impulse haben möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.